Luke, ich bin dein Fein. White Titty! Walt Disneys Star Wars. Ein Abenteuer für die ganze Familie. Sie ist eine edelmütige, minderjährige Prinzessin. Er ist ein tapferer Jedi ohne Bartwuchs. Doch beide verbinden eine große Leidenschaft. Ich will nicht gegen das Böse kämpfen. Ich will modeln. Ticko, du kannst dich modeln. Ja, dann probier es doch mal mit Singen. Star Wars bis an die Grenzen der Galaxis. Das sind Lea und Luho. Zwei, die sich gut verstehen. Begleiten Sie die zwei attraktiven Teenager mit Vorbildfunktion auf einem fantastischen Abenteuer. Oh nein, Professor Rayder möchte die Musical AG auflösen. Das lassen wir nicht zu. Hausmeister Obi wird uns helfen. Die Helden aus allen Episoden. Obi, wahn, werden wir endlich etwas unternehmen. Mit der Synchronstimme von Donald Duck. Mit Darth Vader, gespielt von Angelina Jolie. Du Blödmann. Freigegeben ab sechs Jahren. Im grammatikalisch korrekten Deutsch. Dativ Genitiv sein Tod ist. Nein, der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Scheiß Disney auf die Eier mehr geben. Ich wie ich will mit sprechen. Wahre, jugendfreie Emotionen. Halt, stopp. Du darfst mich nicht küssen. Ich könnte schwanger werden. Mit Bildungsauftrag. Nein, Lea. Schwanger kannst du nur werden, wenn ich während deines Fruchtbarkeitszyklus mein erregiertes Glied in deine Vagina einführe und ejakuliere. Ah, wieder was gelernt. Lernen ist gut. Du darfst mich aber trotzdem nicht küssen. Wieso? Dramatik. Ich bin deine Schwester. No! Neue Charaktere wie Lazy, das sprechende Laserschwert. Komm schon, fahr aus. Chill mal, make peace not war. Und altbekannte Gesichter. Chewbacca! Walt Disney präsentiert. Wer mit Haar schreibt, nämlich dämlich ist. Im verbesserten Color Grading. Och nö. Walt Disney Star Wars Episode 7. Was? Der Todesstern heißt jetzt gemeiner Stern? Ich nicht mitmache diesen Scheiß. Nein, ich mache diesen Scheiß nicht mit. Möge die Macht mit sein. White Titty.